Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft Adventure Maps mit mir, Tollwop, TheShockLP und MaviLP hier bei Folge 112. Nachdem wir ja das letzte Mal hier Super Mario Bros. gespielt haben, sind wir jetzt zu etwas ganz anderem übergegangen, nämlich zu einer Map, die für uns gebaut wurde von einem Kumpel von... genau, von einem Kumpel von Mark. Da steht's, Map gebaut von Adrosi, Map gebaut für MaviLP und Tollwop und den anderen. Da stand vorher was anderes. Ups. Da stand für MaviLP. Ja, na und? Ihr dürft Tag, Nacht machen und Regen aus, du solltest das... Adrondal D... Doku... Doku. Doku Craft. Textile Pack benutzen. Das kenn ich jetzt nicht, hab ich nicht, sorry Pech. Damit das Haus akzeptabel aussieht, ne. Ey Mann, guck mal, wie ich abgehe. Ja, Alex, guck mal, wie du abgehst. Alter. Okay. Pass auf. So. Ähm, bla, du darfst in allen Räumen auf ganz hell stellen, erster Start. Mir fällt nichts mehr ein, mir fällt nichts mehr ein, willkommen auf mein Adventure Map, viel Spaß. Achso, ja, hier noch ein paar Regeln. Äh, nicht cheaten, Ausrufezeichen, keine Plugins Mods, äh, kein Game Mode nicht fliegen, keine Challenge überspringen, hör auf Schilder, nichts zerstören abbauen und, ich würde sagen, Hebel benutzen, oder? Joa. Oh. Oh. Hä? Ja, super, wahrscheinlich hätte das Glas gebraucht. Nein. Achso, das ist toll, ey. So ist das gedacht, du musst an und wieder ausmachen, du Vollidiot. Ja, mich hier schon mal, hey, da ist vielleicht, was gibt's hier, Secrets? Hey, hab mich geschlagen. Vollidiot, da sind die Lampen, da gibt's, betten. Weiß man ja nicht, mach mal Nacht. Ist. Sehr gut, danke. Ah. Oh, jawohl, da sind Kisten. Äh, ah ja, ich weiß schon, wo wir lang müssen. Aua. Hab gehört, Marc stirbt. Wieso? Marc, was machst du schon wieder? Aber Marc, mach doch nicht alles kaputt. Also, immer musst du alles kaputt machen, sonst kannst du echt einfach nicht spielen. Ach, fuck. Ich war hier dauernd runter. Ja, ja, nein, nein! Boah, ich sag, dass ich jetzt so brille, aber... Danke. Also, jetzt? Äh, wie geht das mit diesen Pistons? Wie, wie muss man das verstehen? Muss man das verstehen? Marc! Alter! Loll! Ah, ja. Du hast dich gerade, glaube ich, ein bisschen weitergeschluckt. Aha. Wie auch immer. Äh, Hallo! Hast du es jetzt mal? Ich denke mal, ich muss da runter springen. Weiße. Nein! Ja, sehr erfolgreich, Tollwurm. Was? Ach, scheiße, du hast es wirklich geschafft. Ja, natürlich habe ich es geschafft. Was erwartest du von mir? Du kennst mich doch. Du weißt doch, wie gut ich bin in Minecraft Adventure Maps. Ja, sonst wirst du immer der Letzte. Na und? Äh, willst du mal zu der Kiste hinten hinspringen? Alex, links. Achso, eigentlich bin es. Ja, ich weiß nicht, wo ich... Ja, mach das mal bitte. Darf ich mal von hier? Lol. Ich versuch das mal. Nein! Ah. Marc, du hast es geschafft. Ja, sehr gut. Ich habe die zwei Diamanten. Wir haben hier Zeug zum Tränkemachen. Tränkemachen? Okay. Mach was draus, okay. Oh ja, gut, dann... Wir haben hier die Diamanten. Ah, warte. Ja. Wo geht es weiter? Ah, ja, hier. Ich will mal mit reingucken. Ich gucke einfach nur mal zu, wie du das machst. Lol! Gib mir Wasser. Achso, ja, das musst du ja da machen, genau, wenn du da so im Wasser rumchillst. So, eins, zwei, drei. Gibt's nicht. Was machst du da? Äh, ich mache jetzt mal irgendeinen random Trunk. Ich weiß welchen ich mache. Ich mache einen Damage-Trunk. Ne, die kam... Ich mache einen Regan... Ne. Die Resistenz wäre praktisch für Lava. Geht das? Lava, guck mal. Ah. Achso, das heißt, ich habe jetzt hier schon das Ziel erreicht? Nein, oder? Da hinten gibt es noch voll viele Sachen. Vergiss nicht, den Schalter zu drücken, wenn du wieder hoch willst. Ja, so. Ähm. Gastrainer. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier noch irgendwo anders hin muss, weil hier hinten kann man... Doch, da muss man hinkönnen. Das geht. Das ist schwer, aber das geht bestimmt. Oh, lol. Was war das denn? Na, ich versuch's gleich. Bin ich ja nicht mal richtig gesprungen. Ich habe aber eine Kiste gesehen, ne? Ne, ist gar keine Kiste. Wartet. So, jetzt haben wir Regeneration gemacht. Ich bin auch robb. Äh. Ach, das geht nicht, weil hier dieses Ding da über seinem Kopf ist. Deswegen kann man da nicht sprinten. Alex, Alex, versuch mal von hier. Guck mal von hier. Da hinten links um die Ecke auf diesen Halbblock, auf diesen Halbstein da zu springen. Geht das? Meinst du, das geht? Nee, ich glaube, wir müssen da durch, äh, mit dem Trank. Ja, ja, aber ich... Wo soll man denn da raus? Oh ja, stimmt, da kommt man da raus. Ah ja. Meinst du, ich kann auch durchrennen, jetzt einfach? Ich glaube nicht. Oh, fuck, jetzt bin ich hier. Was dann? Nein, ich bin hier runtergefallen. Ja, will mal einer von euch vielleicht einfach schon mal losgehen? Problem ist, er hat jetzt keine Feuerresistenz gemacht. Aua, wieso brenne ich denn? Fickt euch. So, ich habe jetzt Feuerresistenz-Tränke. Ach so, auf allem, ach so, klar. Auf einmal hast du Feuerresistenz-Tränke gemacht, ne? Halt mich, der schlange Pisser. Ja, ist okay, komm. Kommst du überhaupt noch raus? Ich warte noch kurz auf Täubung. Ja, warte eine Sekunde. Wer brennt da? Autsch. Warte, ich komme wieder hoch. Du dir deinen Trank hier in die Kiste. Ja, aber wieso hast du das jetzt gemacht, dass du Feuerresistenz draus gemacht hast, obwohl du vorher das Falsche gemacht hast? Äh, ich habe... LOL, ja genau. Ja genau, mach noch mehr. War da nicht ne Kiste? Das ist ne Kiste. Weiße. Das ist ne Kiste. Oh, in der Lava. Ist ne Kiste. Hängt sie hier? Ja, ich kann nicht. Doch, die ist leer. Hast du die schon genommen? Ja, Tivoli. Ja, du. Darum. Ach so. Jetzt? Hä, warte, wohin denn überhaupt? Dahinter ist Glas. Ich sehe das nicht, weil ich gerade nichts sehe wegen dem ganzen Feuer in meiner Fresse. LOL. Ist das ein Scherz? Ich warte jetzt erst mal, mich aufhört zu brennen. LOL, LOL, LOL. Und jetzt kannst du vor. Bitte. Hä? Nee, geht nicht. Du musst vor, du strichst da gerade so. Nee, wohin muss ich denn springen? Ich weiß ja nicht, wo ich hier muss. Ich gehe um die Ecke. Über das... Ach so da, so da, ach so da, so drum, ne. Gar nicht scheiße oder so. Das ist so ein Sprung, den ich entweder 1000 Mal verkacken werde. Ja, wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen? Ich bin da jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr Feuerresistenz. Feuerresistent. Ich wette, ich verreck jetzt gleich wieder, weil ich da nicht mehr zurückkomme. Wo bist du denn da hingekommen? Äh, da so hingesprungen halt. Da, wo jetzt die Pisten ist. Ist da jetzt nicht mal irgendwie schon so der nächste Checkpoint oder sowas hinter der Lava? Wäre doch ganz geil. Wie hast du das gemacht, Alex? Hier, ich bin ganz so an die Kante und bin dann so drumrum gesprungen, aber ich würde erst mal warten. Einzel oder gerannt? Gerannt. Gerannt, aha. Soll ich denn hier hochkommen, bitte? Dann stehen Sie bei mir. Gute Frage, nächste Frage. LOL, ich weiß, wo du hin musst. An die Leiter, direkt links von dir. Links. Jetzt links. Da kann ich gar nicht hin. Ich kann hier nicht mehr springen. Ich sehe keine Leiter. Wo ist deine Leiter? Ja, hier so. Ach, da. Ja, da hast du genau vorgestanden, okay. Ja, du musst einfach auf den, spring auf den Pisten da vorne, links. LOL. Hä? Warte mal, ich guck mir das mal an. Hm, das habe ich jetzt nicht verstanden. Mach das mal zu. Mach es mal weg. Und jetzt spring da vorne hin. Auf den Pisten, der schon draußen ist, ja. Doch, das geht nicht. Doch. Ja, doch. Das geht, ganz sicher geht das. LOL. Ja, so nicht. Das ist blöd. Wie lange hält denn das noch? 50 Sekunden, okay. Alter, das ist doch scheiße. Haben wir noch Feuerresistenztränke? Nein. Ganz ehrlich, wie soll das gehen? Da sind Blöcke bei meinem Kopf. Ja, wie soll ich überhaupt erst mal bis dahin kommen, wo ihr schon längst gewesen seid? Das ist doch scheiße. Ich glaube, dann muss man nicht. Ich bin ja am sterben. Ja, jetzt habe ich keine Feuerresistenz mehr. Soll ich dir einen machen. Ach, das ist doch scheiße. Ey, das geht doch nicht. Ach, das ist doch scheiße. Ganz ehrlich. Ey, ganz ehrlich, diesen Glassprung, den schaffe ich schon nicht mehr. Das macht doch keinen Spaß. Den ist nicht nur machbar. Ne, ich nicht. Ich nicht. Wir werden jetzt hier manchmal geren. Ich, ich bin gerade Tränker am machen. Ja, ihr müsst hier nicht alle ineinander rumstehen, ne? Hallo, ist okay. Ja, den steht doch nicht in mir. Ja, ihr müsst ja nicht alle rumrennen, ne? Mach was draus. Ja. Ja, wie soll man hier was draus machen, das ist doch voll scheiße. Also wenn man die ganze Map nur mit Piston-Technology und so macht, dann ist das irgendwie sinnlos und total verwirrend. Wow, wir sind im ersten Raum und ich glaube, die ganze Map besteht aus Pistons. Ja, guck mal, hier sind überall Pistons. Wow, ein Raum mit Pistons, das ist jetzt so krass. Gibt sich auch noch andere Potions, die es einem irgendwie leichter machen, so Speed-Potion und sowas, keine Ahnung. Wer hat denn die Tränke da jetzt wieder rausgenommen? Ja, ich. Ich brauch die eh am ehesten, weil ich immer wieder runterfalle und sterbe. Ja, wir sind doch nicht alle, du Idiot. Ja, es sind doch nur drei, mach dir doch neue. Keine Fresse. Auf die neue. Mach die neue, hab ich gesagt. Kauf. Hier ist ein Schalter. Ja, einfach hier drauf. Und jetzt musst du das rausmachen und dann kannst du da hin. Warte mal, ich will zu, warte, warte, jetzt hier, ich gehe auf die linke Kante, so. Wo steht denn, hier ist ein Schalter, wo ist denn dein Schalter? Dahinter vielleicht? Ich weiß es nicht, ich sehe es ja nicht, ne? Oder drunter? Ja, das ist eben die Frage, ne? Unten, guck mal nach unten. Oh. Ach, der macht's runter, ah ja. Ähm. Wie ist die Leiter? Ich glaube, da muss ich zur Leiter. Ah ja. Der ist ja rechts, drunter. Nein, unten. Rechts. Hö? Bin ich jetzt irgendwie... Unten, guck nach unten. Da. Ich sehe die nicht. Ach so, auf dem Glasblock? Ja, oder da. Vorsicht. Da die Leiter. Hä, wieso? Das ist ja voll Fail. Wenn man da auch schon vom Boden aus hoch kann. Soll. Mark, machst du mal Tränke? Wieso habe ich das jetzt gemacht, wenn ich da die ganze Zeit über den Boden hätte hingehen können? Man weiß es nicht. So, sind Tränke drin. Sollte jetzt nicht alle mitnehmen. Ich nehme mir einen raus, ne? Ja. Vergiss nicht, den Schalter zu drücken. Aha. Und um welchen Schalter handelt es sich dabei jetzt? Einen sehr großen Schalter. Ja, wow. Ich wette, der fährt mich da nochmal hoch? Ja, trefft mich. Ja, war klar. Ähm. Wo muss ich lang? Das ist eine sehr gute Frage. Blub, blub, blub. Ach so, ja, natürlich fährt der mich hoch. Das ist Sinn der Sache. Lava. Da will ich natürlich nicht hin. Aber hier will ich hin. Und hier will ich hin. Und zu dieser Kiste will ich hin. Ey, hier sind Dias drin. Brauchen wir die für irgendwas? Komm mal. Oder ist das Score? Warte. Ich bin genau gegenüber von dem Punkt, wo wir angefangen haben. Und jetzt springen wir rüber. Wo rüber? Zu der Leiter? So, und jetzt auf die Leiter, genau. Ähm. Ich bin machbar. Warte, ich war doch toll. Was? Ihr könnt von da noch nicht springen. Doch. Los, springen. Ach, dann habe ich das nur gemacht, um noch in die Kiste zu kommen. Okay. Ja, okay, ist gut. Noch ein Dias. Bin machbar. Also sind Dias. Ist schon irgendwo, dass Dias unser Score sind. Aber ich gehe mal davon aus, oder? Oh, ja. Dias, ne. Sind unser Score. Lol. Hallo? Wieso komme ich denn da nicht rum? Oh, das war jetzt ein ganz... Fail. Das war jetzt ganz dumm. Das war in der Tat jetzt ganz schön dumm. Ne, ich pack hier. Alter, was war das denn? Ähm, ich habe jetzt das dumm Gefühl, dass 15 Minuten bereits seit einer geringen Weile um sind. Und dass wir deswegen mal kurz die Aufnahme tauschen. Äh. Ja, warum trennt es da? Weil da Lava ausgelaufen ist, vorhin habe ich gesehen. Aber ich weiß nicht, woher die kamen. Okay, interessant. Egal. So viel Holz ist da nicht drum rum, was noch mehr anfackeln könnte. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei dem Mavi-LP. Schaut bei ihm auch mal vorbei und schaut beim The Shock-LP, der zwar nicht aufnimmt, aber natürlich auch immer dabei ist, fleißig mitmacht und so. Auch vorbei. Bis dahin. Tschüss. Ciao.